Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Lords. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind immer noch im Herrenhaus, aber ich glaube, wir nähern uns allmählich dem Ende. Ja, wir haben natürlich noch haufenweise Gegner wieder. Gut, ich muss mal kurz was schauen. So, damit können wir wieder einige Rattenschwärme beschwören, aber die bringen nicht wirklich viel. Ich wollte nur wissen, da hinten sieht es irgendwie aus, als ob da noch irgendwie was wäre. Ah, da kann man ja nicht rein. Da kann man ja von hier nicht rein, nein. Aber von hier sieht es auch nicht aus, als ob da irgendwie reinkommen. Und von da auch nicht. Ah, vielleicht von unten. So, naja, wir werden es gleich sehen. Erstmal das hier. Aha, kein Minok. Äh, Mimik. Minok war was anderes. Das ist da, das ist da, das ist da und das ist da. Okay. So, was hat man da alles Schönes? Lauter Zutaten, wie es aussieht. Ja, außerdem sind wir, glaube ich, schon von dem Inventar relativ voll. Ei, 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 ei. Da muss ich mal überlegen, ob ich langsam mal was wegschmeiß. Ei. Ah. Kannst du das irgendwie... Ich wollte es eigentlich wegschmeißen, aber es hat auch nicht so richtig geklappt. Ich muss gleich mal schauen, wie das geht. Weil ich will jetzt nicht nochmal rausgehen, zum Händler gehen. Das bringt es dann auch nicht wirklich. Aber wir brauchen wahrscheinlich Platz nochmal, zumindest für die Schatzkarte. Oder für andere interessantes Zeug, je nachdem. Ja, Gepäck voll. Deswegen wollte ich ja jetzt auch ein paar... Ah. So kann ich das machen. Gerade die Schilde, die brauche ich ja definitiv nicht. Ich bin kein Schild-Fan. So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was finden. Und dann geht's weiter. Eine Truhe. Und das war's. Und da drüben ein geheimer Raum, wo wir nicht wissen, wie wir hinkommen. Ich hätte es gedacht... Ich hätte es gedacht, dass wir vielleicht von hier irgendwie so runterkommen. Das sieht aber auch aus, als ob es da irgendwie weitergeht. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir diese Schatztruhe hier öffnen. Und dann... Esmeralda! Woa! Esmeralda! Esmeralda! Woa! Esmeralda! Esmeralda! Woa! 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 Au, au, au Ich kann nicht wirklich was machen Ja, und ja, wie können wir die besiegen, wenn sie fliegt, dann brauchen wir ja theoretisch Und den Bogen, ja, ich hasse Fernkampf hier Äh, und ich komme noch nicht mal mehr durch hier, na dankeschön Nicht die beschworene Beste Wirst du nicht hier runterkommen Wir machen irgendwie auch keinen richtigen Schaden, habe ich einen Eindruck Na doch, der ist auf jeden Fall gut Mit Magie schaffen wir's auf jeden Fall Wenn ich nicht eingefroren wäre Ja Und, ha Hohoho, habt ihr das gesehen, wie viel das gegeben hat? Ach du Scheiße So Muss ich nur wieder So, das ist irgendwie immer ein bisschen blöd hier Ja, gut Ziemlich, ziemlich heftig Und der Esmeralda hat sie also ihre Rache doch noch bekommen Auch wenn sie jetzt zu einem ziemlichen Rachegeist geworden ist Aber, naja, gut Was hat der noch Feines? Okay So, ob da jetzt die Schatzkarte drin ist? Hm Wer ist es da? Wo ist denn der hier? Der ist da, glaube ich So Und da liegt noch ein Brief rum The map is written in secret code Aber ich glaube, wir sind schon wieder voll, oder? Ah Wir können das Ding nicht anziehen Äh, was heißt anziehen? Mitnehmen die Karte Aber ich denke, das ist die Karte, die wir brauchen So, also Weg mit Weg mit Weg mit Schatzkarte erhalten So, sehr schön Und damit müssten wir doch Oh, schon wieder drei Punkte auch Nicht schlecht Ja Sucht findet die Schatzkarte und bringt sie zu Delia Irons im Choresitätenladen Ich hau ab Ich mag die Spinnen nicht So, ich hau tatsächlich ab Wir haben ja die Schatzkarte erhalten Das müsste ja die Schatzkarte sein Genau Die wir erhalten sollten So, weg wir Ja Oh Da fällt mir ein Das ist jetzt Da haben wir auch noch, äh Wieder noch weitere Quests mit Unsern Vampir Aber die ist auch mit Vielleicht kriegen wir die jetzt mittlerweile auch hin Probier's mal aus Probier's mal aus Probier's mal aus Aber ich glaube, da müssen wir später nochmal wieder kommen Aber ich glaube, da müssen wir später nochmal wieder kommen Und wo ist das Vampir jetzt? Ich höre sie, aber ich sehe sie nirgends Vampirin Wo? Ach, unsichtbar Aus irgendeinem Grund Unsichtbar Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass das Ein Bug ist Ein Bug ist Aber wir machen kaum Schaden an der Ich glaube, das können wir tatsächlich noch vergessen hier Ja Guck mal, wie wenig Schaden wir hier machen Nee Das muss ein Bug sein, dass die unsichtbar ist Aber wir machen so wenig Schaden Der Kampf würde sich eh elendig lang strecken Da müssen wir später nochmal wiederkommen Ei, 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 ei Und ich dachte, das können wir jetzt gleich noch mitmachen Nachdem wir jetzt ein oder zwei Level in diesen Haus gestiegen sind Aber gut Die Aune ab Ich gebe mein Geld wieder her Ich gebe mein Geld wieder her Dann muss man jetzt Nee Hier muss man gar nicht hingehen Wir mussten in die Richtung gehen Und dann hier hoch Genau, so war's So, und jetzt bin ich mal gespannt was passiert, wenn wir diese Quest abgeben Kommt herein Es ist schön euch wieder zu sehen Willkommen in meinem Kuriositätenladen Wir handeln erst einmal Ich will nämlich hier Sachen verkaufen Abgemacht, abgemacht Abgemacht, abgemacht, abgemacht Abgemacht Abgemacht, abgemacht Abgemacht, abgemacht Ja, das müsste man reparieren, aber die werden auf jeden Fall besser. Das heißt, die kommen weg. Kettenrüstung 5. Kettenrüstung 5 kann auch weg. Lederrüstung plus 6. Plus 3 nur. Dann kann die hier auch verkauft werden. Die ganzen Schwerter hier können verkauft werden. Was ist denn das Schönes? 1,5 kann verkauft werden. Kann verkauft werden, kann verkauft werden. Fangzahn, Klinge plus 2. 5 bis 10. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall so. Um einiges besser. Eine Stoffrüstung plus 2. Ja, aber Helme gefallen mir einfach nicht so richtig. Aber die haben wir ja schon hier. Das heißt, die kann auch verkauft werden. Damit ist dieses Teil hier fertig. Die Dinger, Arcane, Magie. Das weiß ich noch nicht, wie es genau ist. Kristallmagie, Runenmagie. Ich glaube, die Arcane-Magie können wir, ich weiß es nicht. Ich glaube, die können wir auch verkaufen. Arcane-Magie ist, glaube ich, tatsächlich, wenn wir Magia lernen. Wenn wir die andere Klasse, die ich ja adaptiert habe, das wäre die Runenmagie. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall mal behalten. Und Kristallmagie, weiß ich noch nicht, ob wir das jemals lernen werden. Feucht kann auch verkauft werden. Es ist schön, euch wiederzusehen. Zeichen der Sternen, keine Ahnung, was das ist. Auferstehung. Walzklinge. Schlaf. Untote beschwören. Das benutzen wir eher selber. Ja, die anderen lassen wir mal. Lassen wir mal so, wie es ist. So, das kann verkauft werden. Lederstiefel, plus drei, plus drei können auch weg. Stoffrüstung. Ne, kann auch weg. Dann haben wir hier nochmal eine Fluidenrüstung, plus sechs. Lederwams, ja, aber... Ja, das müsst ihr mal schauen. Moment, ich muss mal ganz kurz... ...reparieren. Nicht verkauft, repariert. So. Okay, wie sah es jetzt aus? Also, das Teil hat plus neun. Nein, das kann auch weg. Ohnenmagie. Furcht. Ah, das können wir lernen hier. Aber Furcht können wir schon. Das heißt, das kann auch verkauft werden. ...wiederzusehen. Akane-Magie benötigt. Akane-Magie, das war... Ja, genau, das kann auch weg. Akane-Magie kann weg. Ohnenmagie. Kristall-Magie. Das kann weg. Das kann weg. Und die behalten wir. Es ist schön, euch wiederzusehen. So, was haben wir da noch? Akane-Magie, das hier kann weg. Langsam wird es ein bisschen unübersichtlich. Verkaufen wir gleich mal. Das dauert immer so ein bisschen hier. Aber... ...omment mal. Äh. Ah, okay. Okay, so sieht es doch schon ganz gut aus. Akane-Magie, abgemacht, 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 abgemacht. Es war mir eine Freude, um ein bisschen Platz, um zu schauen. Dann war das hier alles, was noch verkauft werden kann. Genau. Ähm, was haben wir sonst noch? Rostiges Schwert kann weg. Schwert. 5 bis 23. Nein, es ist schön, euch wiederzusehen. Aber das ist wieder so ein Teil hier, wo... Wo ich sagen muss, da kann ich nur dieses Schwert benutzen, das Schwert kann ich nicht benutzen. Das sollte man aufheben mal. Kommt herein. Es ist schön, euch wiederzusehen. Aber das ist doch mal geil. 5 bis 3... Ohohoho. Schaut euch das mal an. Was für ein Riesenteil das ist. Ach du heilige Scheiße. Ja, ich glaube, das kann alles verkauft werden. Das sieht soweit gut aus. Das sieht gut aus. Kommt herein. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ja, das kann auch alles verkauft werden hier. Und das sind unsere Questgegenstände. Okay. Alles klar. So, Handel. Dann... Abgemacht. Das können wir verkaufen. Das konnten wir alles verkaufen. Das wollten wir behalten. Das wollten wir behalten. Ja, das sieht doch jetzt gut aus. Hätte ich gesagt. Die Triche haben wir, glaube ich, genug. 84 Stück. Ohoho. Reparatur-Kit. Ja. Ich würde sagen, wir haben es ja schon ein bisschen überzogen. Aber ich würde die Karte jetzt noch gerne noch... Oh, schaut euch das mal an hier. Was für eine Waffe ist denn das hier? Was für eine übertriebene Waffe. Ach, Mann, oh Mann. Egal. Lass uns mal die Karte abgeben. Willkommen in den Kuriositätenladen. Die Schatzkarte vom Kasterd Herrenhaus. Sehr beeindruckend. Ich erkenne großes Talent in euch. Mit der richtigen Ausbildung wird vielleicht aus euch ein Meister des Handwerks. Die Mysterien-Gelde könnte sicher von eurer Mitgliedschaft profitieren. Wollt ihr beitreten? Aber eigentlich sind wir ja schon beigetreten. Durch die Charaktererschaffung am Anfang dachte ich. Die Aufnahmegebühr beträgt 500 Goldmünzen. Naja, gut. Wollt ihr zahlen? Als Mitglied der Mysterien-Gelde müsst ihr schwören, die Geheimnisse der Gilde zu wahren, den Kodex des Handwerks zu ehren und alle Aufträge auszuführen, die wir euch auftragen. Egal, ob ihr dabei Kopf und Kragen riskiert. Schwört ihr das? Ja, natürlich. Dank der Autorität, die mir von der Mysterien-Gelde verliehen wurde, akzeptiere ich eure 500 Goldmünzen und euer Aufnahmegesuch. Alle Kandidaten für die Mysterien-Gelde müssen jedoch auch von Vartug in Skuldon akzeptiert werden. Nehmt diese Schatzkarte und bringt sie zu Vartugs Anwesen in Skuldon. Dort wird sie jemand von euch entgegennehmen. Ah ja, und habe ich schon gesagt, dass ich euch herzlich in den Reihen der Mysterien-Gelde willkommen heiße? Okay, eine neue Quest. Also wir sind weiterhin noch nicht aufgenommen worden. Jetzt müssen wir die Schatzkarte aus dem Kustart-Herrenhaus zu Vartug nach Skuldon bringen. Alles klar. Besucht mich doch wieder. Und wie sieht es jetzt aus, wenn wir jetzt in unser Charakter-Dings hier reingehen? Das hier ist weiterhin Schorkel, ist weiterhin gesperrt quasi. Die Adept ist weiterhin hier drin. Ja gut. Aber ich denke mal, wenn wir für die Zweist-Quest hier weitermachen wollen, müssen wir quasi auch die Schorkel-Quest weitermachen. Na ja, gut. So, Skuldons Festung bringt die Schatzkarte aus dem Kustart-Herrenhaus zur Vartug nach Skuldon. Alles klar. Das würde ich dann auch mal machen. Allerdings würde ich sagen... Ach, die Waffe, das ist immer noch so krass. Das verstehe ich immer noch nicht. Wenn, dann müsste das auch ein Zweihänder sein, aber nicht eine Einhand-Waffe. Aber egal. Ist die fast schon zu groß hier. Aber wie gesagt, egal. Ich würde sagen, ja, hör mal auf. Und in der nächsten Folge gehen wir zu diesem Relikt suchen. Und danach, wenn wir den Relikt haben, können wir wahrscheinlich auch endlich die Stadt verlassen. Und dann können wir versuchen, uns der Schwesterschaft anzuschließen. Den Adept, beziehungsweise erstmal die Adepten-Quest fertig machen. Und allgemein mal schauen, wie es weitergeht. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.